Willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Rising Fängt ja gut an No shit Was? A DOOMP? Mein Gott, wollte ich gerade sagen, fängt ja gut an Kaum solches Spiel für die Aufnahme Bam, quatscht man ja wieder dazwischen Ich treff den, warte, warte Okay, jetzt Was? Hör auf, mir so eine Scheiße zu unterstellen, ja? Was bist du, Alter? Du bist hässlich Und ich hab dich verschnitten Kommt da noch mehr? Ah, da kommt tatsächlich noch mehr Warte So Da sind die Beine ab Was machst du jetzt? Genau, gar nichts mehr Ah, daneben Und Ha, getroffen Ah, verdammt Mann Kampffragen ist Mein Gott, wir sind gut Und sie erkennen es uns sogar an Ich will aber gesehen werden Sonst würde ich ja keine Videos machen Mein Gott, hast du mir denn niemals zugehört Dass jemand, der Videos macht Es nicht nur für sich selbst macht Sondern es eben macht, um gesehen zu werden Also werden wir natürlich Radau machen Ne, Menga Aufpassen Das ist jetzt wichtig Es wird gleich erklärt Was das Ganze sollte Was das für komische Köpfe da waren Hallo Ich hab schon längst aufgehört, das zu benutzen War das alles? Das war Kein Schaden Es war wieder Kein Schaden Es ist mein Gott, wir werden immer besser Obwohl wir auf Schwer spielen Auf Es ist vorbei Für jetzt, ja Aber das Raum Das war Cyborg brain casings Duh Wir sahen George sagt, sie waren Harvesting Organs von Kids Ja Das muss sein, warum sie Trafficking Kinder Ein Dorf Oder Organs Das sind Sägen Oder Aber Aber Es wird definitiv Die Geha Die Jesus Wachst 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 Die Die Cyborgs tja und das ist das wie es so geil ist in diesem spiel wir wissen nämlich jetzt die cyborgs sind kinder also möglicherweise Nimm das! Nimm das! Und das! Und das! Und... Oh Gott! Ah! Dreht dann auch nach mich! Nach mir! Haha! Ah! Ah! Oh Gott! Ich hoffe, wir haben noch ein paar! Wuhuu! Wuhuu! Ihr kriegt mich nicht! Ihr kriegt mich nicht! Ne, 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 ne! Ne, ne! Ei, ich bin kein Gegner! Ich bin einer von euch! Kampfhang 0! D Was? Ah, typisch USB. Zuerst stecken wir es immer verkehrt rum rein, dann nochmal verkehrt rum und dann erst richtig rum. Du? Juhu, Oh, eine Cutscene. High five. Es sind Kinder. Dann sende uns was you do, hey. We've already commenced the hot plan. The Seer's program? Yep. Sending one old Georgie boy used on the kids in Liberia. Of course, it's wide straight to the brain now. Feels as real as anything else. Your work is astonishing. And your work is light. We need to sit before our cover is blown. We've got some assholes snooping around. We just do not have the food quantity yet. Each brain has its own unique requirements. It's not like we can just fuck them out with an ice cream scoop. All right. pain. We're performing a service here for them and the cities they burden. But just gathering the donors requires a significant investment. Yes, yes. Yes, you'll get the money. Accounting will be in touch. Gracias. I assure you we will be full of our inventory in the instant we can confirm payment. Are we done here? I've got a full slate today. Takumse is a demanding mistress. And America has suffered long enough. Oh, yes, sir. Thank you, sir. Let me see you out. You see that, Kev? Inmani's killer. Desperado's chief of operations goes by Sundowner. The California Wildfire. The kids. Think we're too late? Only one way to find out. George was still alive. Maybe the payment hasn't come through yet. Hmm, maybe. But you heard what he said. They've already started some brains on VR training. There must be more than just what I found here. What about the VIP in the suit? I'll find out. You definitely seem familiar. Right. I'm going after the kids. We had to get out of the room with the... With the... With the Handcugel there, that's it. That's it. That's it. And then it would be much easier. That's it. That's it. That's it. That's it. But I have to get out of the way. So gut wie. Er ist nur bewusstlos. Irgendwie kann ich die nach oben schleudern. Ich kenne leider die... Tassenkombination nicht mehr, wie man... Die ganzen guten Kombus macht. Warte. Er lag zwar schon am Boden, aber ich bin auch der Meinung, man kann auch mal nachtreten. Das ist völlig in Ordnung in dieser Welt. Ist ja nur ein Spiel und wir wollen nur spielen. Haha, kaputt gemacht. Ich sagte, aha, kaputt gemacht. Sie wollen es eh kaputt machen. Also ich habe hier nur Arbeit abgenommen. Das war auch völlig in Ordnung. Die bezahlen mich dafür auch. Da komme ich so nicht hoch. Da muss ich so machen. Und wo muss ich eigentlich hin? Ich vergesse das jedes Mal, ne? Ah, ich hätte es mal da oben nicht mehr rein. Warte mal. Das Problem hatte ich doch schon einmal. Da ist der Weg rein, ey. Da. Wir können aber zurückgehen. Oder wir gehen weiter. Ihre Wahl. Nicht? Okay, dann eben nicht. Das ist so okay. Schade, nicht wahr? Wir können George nicht finden. Was? Vielleicht die Koordinaten, die du uns geholfen hast, waren alle? Keine Chance. Ich habe die GPS-Lokation unserer Entfernung mit all meinen Bewegungsdaten von diesem Punkt auf. Das ist schade. Du denkst, dass sie ihn erst getroffen haben? Ich weiß nicht. Ich werde unsere Leute über die Region schrauben. Danke. Ich werde weiter gehen. Ich bin nur eine Kiste und der Nebel ist natürlich. Okay, dann eben nicht. Oh, ich weiß, was kommt. Ich bin nicht da. Ja Alter, warum, warum hat Raketen Ja Nein, hör auf Transformer Optimus Prime Ah Ah Warte, warte Warte, was machst du da Gott, ey, nehm ich auf jeden Fall So ein Übermodus da, da geht alles direkt kaputt Ja Ah Einfach mal die Panzerung hier zerschneiden Weil das mit Sicherheit nicht verkehrt ist Zack, 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 dass es die Panzerung auf die du so stolz bist Und jetzt ist der kaputt Bitches Rang A Weil ich Warum eigentlich Weil ich wie lange gebraucht habe Nein Sie sind schon über ihn als ein Scho-In für die Nomination in 2020 Und Und du sagst das zwei Jahre ein Federal Grand Jury investigated seine Ties zu einer bestimmten private Ich bin der Welt Marshal, einer der größten PMC-Für da. Ich erinnere mich. Der größte, seit die 5-Jährigen Sprechstabletz. Nicht zu mentionieren, der einzige größte Investor in R&D-Military-Syborg-Military-Military-Military-Military-Military-Military-Military-Military-Military-Military-Military-Military. Ich denke, das ist die Frage, wer ist die Desperado-Marshal und Desperado zusammen. Das muss man für ein bisschen Spaß machen. Es sind die Aufmerksamkeit und die Musiker. Die Aufmerksamkeit? Das ist ein Thema im Wirtschaftsministerium und ein Gesellschaftsminister. Es werden keine Aufmerksamkeit. Abschlepp mit dem Vertrag des Patriotskkriegen, kein Sprechstablet des Migrations-Military-Military ska beeinf pal Dunker. Es wird das, was wir die Finanze und politische Gewalt haben. Also sind wir, was? Sitze, während sie an, die Kinder schneller bauen? Standen, während sie eine Armee der Paktoren unserer . Sie haben sie gehört. Wir unzerwenden架, sie bauen einen anderen. Sie will einiges an Earthen. Sie planieren etwas Großes, Kev. Sie kann nicht nur warten, dass es passieren kann. Wir brauchen ihn zuerst zuerst und zuerst zuerst, wo es funktioniert. Nein, Raiden, nein! Ich weiß, was du denkst, und... nur nicht! Colorado ist in Amerika. Und Amerika hat diese Dinge, die sogenannten Laws. Und die Verfassung in Dänver war privatisiert. Und sie verabschiedet für... Marshall, ja. Also was? Es gibt immer Laws. Und es ist ihre Hauptquartier, für die Krise. Du fährst direkt in den Hörstelsturm. Ich habe nicht gesagt, es wäre einfach. Wir werden es herausfinden, wenn die Kinder sicher sind. Jesus Christus! Kevin aus! Ich habe ihn! Ah! Scheiße! Ja, halt doch so, ey! Blöde Kinder! Müsst ihr nicht längst schlafen gehen? Mal nachgetreten. Ah, ne. Was gibt es denn da hinten? Ist ja viel spannender, erstmal in die Richtung zu gehen, wo man sich hingehen soll, oder? Genau wegen sowas. Ah, weißt du, hochspringen kann ich nicht, aber hochlaufen gar kein Problem. Weil... Naja, wenigstens komischen Blitzfüßen da. Ah, gerade mal 58.000 Kp. Es ist immer noch dieselbe Mission, die ich eben... Ah, komm mal drauf, was so lange dauert, ey. Es ist ein abbast… Es ist ein Kriopreserver. Sie müssen die Präparatorien präparationen beginnen. Was meinst du? Das Gerät ist mit Synthetik-Blood-Plasma. Es kann die Metabolismen von einem Orgen verbreitet werden, um diese Plasma zu erhalten. Du kannst einen Arm, einen Gehirn, jeder Teil, für mehrere Stunden. Also, was sind die Präparation? Und warum? Ich kann nicht sagen. Vielleicht wollen sie die Organs von den Kindern verbreiten. Unglaublich. Du wirst am besten schnell reiten. Genau. Verdammt! Ich habe Kinder. Was? Dämon! Dämon! Hey, stop right there! George Raiden You've heard of chloroform Abonnent anesthetic in smaller doses But breathe too much of it And adios muchachos Break that glass And I'll blow his brains out Surrender Or decide The needs of the many Or the needs of the few Raiden Don't worry about me Surrender I won't ask again George Are you sure? I'm ready Me life no so precious thing What if we can take this scunt To hell with me That's all I needed to hear Stop it Now I'll kill him I swear No I swear You will I swear Ich hatte da was in Erinnerung Es ging um den Arm von diesen Jungen Ich glaube der ist nicht mehr dran Ich kann mich irren Also wie viele Punkte haben wir? Nicht so viele, ne? Ach schade, ich wollte eigentlich ganz gerne Wenn ich das blöde Schwert kaufen Ja, komm 66.000 Wisst ihr was? Wir kaufen jetzt aber keiner Was haben wir denn hier? Ja, wusste ich es doch Ich habe, äh Warte mal, der andere hat gar keine Skills, ne? Guck mal, wir haben hier nur Schwert-Skills Und Stab-Skills Aber vor dieser komischen Dreizack-Klinge Es sind keine Skills dabei Verstehe ich nicht Egal Wie Ach nee, warte, 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 warte Das war hier Ah, okay Hast du erledigt Und da? Kann ich hier was verbessern? Ach, nur Kraft Er braucht Kraft Ah, warte So Hast du Du hast Maximum, ne? Und das Schwert Hauptwaffe Muss ich auch noch weitermachen, ne? Energie plus vier So Dann haben wir schon mal dieses Muramasa Wie heißt das? Muramasa oder Murasamune? Murasama heißt das nicht Muramasa Und danach werden wir ab jetzt auf die hier sparen Weil die hat diesen Spezialeffekt, den ich gerne sehen möchte Aber ich würde jetzt sagen Ich beende die Folge jetzt Und Gib dort der Folge und mir einen Daumen hoch Wenn dir das gefallen hat Abonniere den Kanal, wenn du es nicht getan hast Ich bedanke mich für das Zusehen Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal Bis dann, macht's gut Ciao